erstmal schön gemütlich aufstehen hier was ist das so gott was er ruft mich da an was ist das ach was für ein schöner tag mensch es ist doch so uncle ich mag das nicht was ist hier los gibt es irgendwo neues apple iphone oder was das schaut mir so komisch aus ich weiß gar nicht was das ist so war du klempner geh weg hier ja leck mich doch am handy stirb alter wie oft erschießt ich dich denn noch naja noch einmal okay wenn du mal die scheißgranaten schmeißen würdest du wichser alter was ruft mich denn da an die telekom oder was oder die gema ach und der hotdog verkäufer ist noch vor seiner pflicht okay was haben wir denn da einen hotdog gut dass ich dich hab kumpel ja 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 komm ist schneller habe ich noch zeit habe ich noch verraten ach jetzt wird der hotdog verkäufer auch noch böse natürlich kein trinkgeld und schon ist man zombie und auch wenn wir waffen hätten bei so einer zombie apokalypse die würden irgendwann leer werden die waffen ist es nicht so natürlich ist es so aber du bist kacke nico ey was ist das geflogen hier warum ist hinter mir aber ich habe ja zeit ohne ende du alte sushi frau komischer mensch hotdog mensch was schubsen oder was ja ne lebendige menschen schubsen du kack zünd mich doch nicht an du schlampe wehe ich verbrenne jetzt fick dich roman nico ich will karten spielen oder poker oder irgendetwas anderes oder das gibt es ja gar nicht ach ich habe ja noch einen raketenwerfer der wunderschön realistisch reagiert und am boden entlang scherlittert ja prall an der frau ab ich glaube ich spinne oder ja roman ich mag dich nicht mehr nico du gehst nicht an mein telefon ja fick dich ach du bist schon aber das ist auch kaputt der scheiße ach ja tschüss zombies tschüss naja das ist auch kaputt der scheiße auch kaputt der scheiße auch kaputt der scheiße